In welches Land auch immer ich komme, in Ihrer Region, es ist immer das Nachbarland schuld. Wenn die Autobahn von da nach da nicht gebaut wird, dann ist immer der andere schuld. Glauben Sie mir, das ist ein Prinzip, dass auch der deutschen Politik nicht fremd ist. Es führt bloß zu nichts. Deswegen ist sozusagen der Dialog so wichtig. Aber Ihre eigentliche Frage ist ja, ist der Versuch Serbiens, eine Freihandelszone zu organisieren, nicht ein Trick, um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu unterminieren? Pytja juaj faktikisch referuat asaj, se është qëlimi i Serbis për të kriuar një trekt të përbashkët një truk, për të nëmvizuar statusin e antarsimit dësajt të rrit për es. Ehrlich gesagt, kommst drauf an, wie man das macht? Të themi të vërtet e më varet se zhvillohet këpatsik. Sie haben auch im Rest Europas, haben wir Erfahrungen, dass Regionen erst miteinander eine Zollunion oder ein Freihandel hatten und dann der Europäischen Union beigetreten sind. Edhe në Europi këshin përbojat e tila, që parimisht istat shtete e këshin një pashkëpunim doganon, ndërsa pasta i janë pashkuar treko të përbashkët e Europian. Sie können natürlich in einen Vertrag über eine Zollunion, über ein Freihandelsabkommen, reinschreiben, dass das gemeinsame zil ist, die in die Europäische Union zu überführen. Die eigentliche Frage ist, vertraut man sich? Ist nicht die Frage, ob Sie eine Freihandelszone, eine Zollunion machen oder nicht, sondern die Frage, traut man sich? Habe ich Vertrauen in den anderen? Dass der sich an das hält, was wir vereinbaren? Das wissen Sie ja besser als ich, das ist die schwierigste Frage in Ihrer Region. In der Gesellschaft trauen die Serben und die Kosovaren, oder beide sind ja Kosovaren, also trauen sich die serbische und die albanische Bevölkerung? Nët vërtet, Kosovare und der Serben, in fakt, die Theater Kosovo A, kommunizierte Serbei, kommunizierte Kosovare und auch andere. Haben Sie vertrauen zwischen den Regierungen der beiden Nachbarländer? Ich sage das deshalb, weil am Ende werden Sie auch nur dann in die Europäische Union eintreten können, wenn Sie sich gegenseitig vertrauen. Was ist die Grundlage der Europäischen Union, dass man sich gegenseitig vertraut? Kein Vertrag, keine Mitgliedschaft in irgendeiner Institution kann das ersetzen. Und wir wissen, dass es in Ihrem Land und in der Region erst vor wenigen Jahren so viel Gewalt gab, dass es sehr, sehr schwer ist zu diesem Vertrauen zu kommen. Wir unterschätzen das nicht. Und was wir anbieten wollen, ist institutionelle Zusammenarbeit mit uns, mit Europa, um sozusagen die Schritte, die man miteinander verabredet hat, dabei, dass Vertrauen auch durch unsere Begleitung, wir sind sozusagen die, nicht so guter Begriff, die Garantiemächte wollen wir sein, dass Vertrauen wachsen kann. Ne, si Pashkim Europian, është e udhështë që të përkrajmë dhe ndjemojmë në këtë proces, që të fitohat besimin, ndo shtë është një termë jo adekvat, por ne funksionohim si fuqit garantuse, ashtu që besimi dhe ecuria përbara të fitohat në këtë proces. Vielen Dank.